So, jetzt klären wir, was halt Generationen über Generationen von Raumfahrern immer schon wissen wollten. Und zwar, passt ein Greycat in der Starfarer? Check, passt. Wahnsinn, ich bin doch nicht mal rausgeflogen, ist keiner gestorben. Also, das ist ja alles schon sehr vielversprechend, würde ich sagen. So, jetzt hier, schottendicht. Geil. So, mehr dazu im Let's Play.